So, willkommen zu Versuch 200.000. Ich versuche immer noch vergeben. Warte mal kurz, du bleibst oben, ich geh mal runter. Mal schauen, was der Typ macht. Er kommt. Perfekt. Sorry? Schon gut. Ja, jetzt kämpft er gegen den Gräuling. Der Gräuling hat ihn getötet. Komm jetzt mit, bitte. Ja, super. So. So, ich brauche deine Eskorte. Besser gesagt, du musst einfach mit mir mitkommen. Okay, dann stellen wir gemeinsam. Ja, es ist immer noch die Chancen, dass ich meine Items kriege, erhöht sich dadurch. Warte mal. Nur mal kurz. Nur mal kurz. Mhm. So, für mein Verständnis. Ich bin nicht hier drin gestorben, hoffe ich mal. Nein, ich bin nicht hier drin gestorben. Ich bin draußen gestorben. Und zwar bin ich... Das müsste doch irgendwo hier sein. Ja. Mich verfolgt ein Skelett. Ich? Ja. Es sind zwei Skelette. Und die verfolgen mich. Jetzt verfolgen sie mich wieder. Nur ein, zum Glück. Ich bringe dir das zweite mit. Jo, perfekt. So, beide sind tot. Weiter hier. Wir kommen der Sache schon näher. Ja. Ja. Da sind meine Items. Da. Endlich. Endlich. Oh mein Gott, ey. War das jetzt ein Krampf? Du schießt das immer noch an, oder? Hier oben ist ein Traugespawner. Nur so by the way. Perfekt. Hier hinten. Den müssen wir... Oh oh. Äh, das Vieh kommt zu uns. Wir haben keine Chance, ne? Gegen den Kollegen. Ich frage mich, wie wir das schaffen sollen. In 100 Jahren wiederkommen, dann sind wir besser. In 100 Jahren wiederkommen, dann sind wir besser. Oder wir kämpfen gegen die Swordlinge. Feuer habe ich echt nicht so Lust. Die sind easy. Die sind nur aggressiv. Sagt ihr und starb. Also wenn es hier einen Magier geben würde, ich würde das spielen. Ich folge dir ganz sachte mal. Hast du eventuell Ike-Tier bereit? Welche Taste? F. Wenn du brennst, einfach ins Wasser jumpen. Ah. Ja, klingt irgendwie logisch. Ich kümmere mich mal um den Spawner. Hä? Den Spawner kann ich... Zweimal mit dem Pferd, äh, Schwert drauf. Nicht mit dem Pferd, mit dem Schwert draufhauen. Dann sind die Lost. Der Drauge ist fast tot. Schwert, das Schild kann also auch, äh, ähm, was ist mit der... Ich krieg das nicht, äh, ich krieg das nicht weg. Wie kriegt man das sonst weg? Keine Ahnung. Das weiß ich leider nicht. Also wir müssen da diesen Drauge-Spawner, äh, wegbekommen. Ich hab gar Behaglichkeit bekommen, weil ich im Nähe eines Feuerstelle war. Ich hab hier alter Baum, ich hab ne Tanne. Ne Tanne, kann ich die auch fällen? Ja. Wow, hat nix gebracht, schade. Ähm... Ähm... Das mit der Ausdauer hier ist immer so, äh, so ne Sache. So. Oh, Ausdauer hab ich genug. Traugen! Stufe 1, 2, 3. Stufe. Alter, warum, warum dauert das mit der Ausdauer jedes verdammte Mal so lange? Hinter dir nochmal ein Drauge, ich glaube eine Elite-Drauge. Und das Viech kommt auch noch gleich zur Party. Ja, 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 ja. Ah, jetzt hab ich nicht mal mehr... ...was ausgerüstet. Weg, hush, 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 hush! Wenn die hier durchrennen, was passiert denn eigentlich? Das ist so ne doofe Frage, aber... Die verbrennen. Wenn sie mal treffen würden, ja. So. Ja, healt man sich ja besser, ne? Huch! Sven, danke für den Follow. Ich bin gerade erschrocken, vielen Dank. So. Ähm, also, ich glaube dieses Viech, das wird nix. Wir müssen, ähm... Aber ich will den Hinweis. Ich bin, ich bin geil auf den Hinweis. Dann hol den runter, keine Ahnung. Da hinten, komm! Was ist das? Hier. Hier ist die Trauge Basis. Okay, jetzt wollen wir's wissen, ne? Jetzt... ... geht's aber, hm? Da ist der Spawner, komm! Und jetzt spawnen wir mal niedermähen. Äh, Elite Trauge, Elite Trauge! Ja, der Elite Trauge, der hat mir ordentlich zugesetzt. Ja, die Hälfte, ne? Immerhin rennt er dir jetzt hinterher. Jo. Äh... Alter! Das war mit, ähm... Mit Schild, ne? Aha! Warum hab ich so wenig Ausdauer hier? Der... Das ist so lost. Till? Ja, ich bin, wir sind am, am warten. Denke immer am Feuer, äh, hielt man vielleicht schneller, ne? Ja, das stimmt auch. Weil der aus den Haust weggeht. Aber da kommt schon der Trauge. Wo? Ach so. Der rennt außen rum. Was? Okay, komm, wir gehen innen durch. Oh, funktioniert doch super. Oh, ne, ich brenne. Ich auch. Till! Kümmern Sie sich bitte um diesen ungebetenen Gast. Der ist tot. Gut. Jetzt gehen wir zurück zur Festung. Oh, diese Monströsität. Das greift bestimmt noch an, ne? Vor allem, das kriegt immer wieder Leben. Oh, oh, Drauge. Drauge. Ja, und daneben... ...biebt der Boden. Scheiße. Junge, ist der Spawner weg, oder was? Ja. Ich geh jetzt mal hier nach oben. Oh, hier sind wir safe. Oh, oh. Oh, oh. Geht so, wenn die Treppen steigen können, dann nicht. Geht so, wenn die Treppen steigen können, dann nicht. Oh, oh. Junge. Ich geh ab durch die Hintertür. Es lag bei mir. Ich kann mich nicht be... Ich kann mich doch noch bewegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, ist... Das Monster kommt zu mir. Hier ist eine Krypta. Wollen wir da rein? Du hast den Schlüssel. Ja, sorry. Ich bin... Ich bin... Oh, fuck. Das Monster. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Ich... Ich finde gerade zwei Kryptos. Cool. Oh, wie die Erde bebt, wenn das ist... Wenn dieses Viech hier rumrennt. Oh, oh. Skelett-Army. Alter. Ich habe eine Skelett-Army. Oh. Ich habe eine Skelett-Army hinter mir. Ich habe dieses Teil hinter mir. Ich habe hier... Oh, Till. Ich habe... Ich bin hier in der Krypta, ne? Ja. Ja, schön für dich. Ich habe hier... Alles Mögliche von... Vor mir. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hinrennen soll. Wo bist du? Zurück. Ich habe dieses Monster noch. Ich bringe ein paar Skelette mit, okay? Mhm. In welcher Krypta bist du? Ah, in der. Eigentlich wollte ich nicht zur Krypta. Oder ich wollte... Ich wollte... Ähm... Den einten Trauge spawnen oder... Weg haben, endlich. Ich komme zu dir. Hallo. So. Servus. Da hinten sind übrigens noch weitere zwei Kryptos. Also... Immerhin sind wir safe. Ey, ich raste aus, ey. Es ging hier gerade ab. Kannst du mir das erklären? Ö... Wir sind einfach nur die ganze Zeit doof. Pfff, voll! Ja, das sind wir. Der tötet mich jetzt dann. Okay, du kommst dem zuvor Schön, cool Was ist hier links? Oh Ich Oh, hier geht's nach oben Cool Dann haben wir ja bald genug Eisen Also ja, ich sag, ich sag solche Aussagen nicht mehr Wir haben bald genug Eisen Am Schluss haben wir eben wieder zu wenig Eisen Ich sehe es schon kommen Ich kann mal das genug haben Aber irgendwie schon, ah, sieh, dass man hier In den Krypto gehen muss, um Eisen zu fahren Man kann nicht aber den Boden bauen Wäre eigentlich schön, ne? Ja Das macht dieses Spiel halt aus Okay, hier ist Sackgasse Sack die Gasse Sack die Gasse in Waldirheim Alter Was in dem Spiel abgeht, das ist unnormal Achtung Da lächelt sich ein Drauge an Ein Elite-Drauge Ah, ne, nur ein Drauge Guck, guck Komm ran, du Arschgeige What? Wie hast du Sinn denn jetzt? Mit einem Pfeil und du? Also generell halt, ne? Heißen Schrott Ja, den haben wir auch noch übersehen In der Wand Gut, hier geht's wenigstens weiter Da rechts ist ein Drauge 100 pro Ich könnte ne Wette mit dir abschließen Mach du das Ich bin hier super Ne, ne, ich bin nicht gut in Wetten Hier ist ein Schleimi Und ein Skeletti Also, ne, ein Drauge Was jetzt? Äh, ich weiß es nicht Ich trau mich da nicht durch Ja, die hoppeln da Irgendwie wahnsinnig rum Ja, den Schleimi Den kriegen wir Oh Ich hab genau die Höhe für den Draugen Von hier hinten klappt's Gut Äh, ich kann nicht weg Ich sterbe Ah Ah Die mit ihrem Gift Ja, wegen Wegen ein, zwei Sekunden 4 3 2 1 Ich hab überlebt Ich mach in dem Fall hier weiter, ne Die Frage ist, ob ich überhaupt dahin komme Es ist dunkel Es ist Abend Es ist Nacht Oh, scheiße Ja, dann wird's schwierig Wir bräuchten irgendwie ein Portal Irgendwo dahin Ich ahne nichts Gutes Du bist immerhin hier drin gestorben Das heißt, deine Items sind safe Ja Ich markiere das hier mal mit Krypta Hab ich schon Du weißt ja, dass man die Karten so leider nicht sieht Okay Äh, wie, sorry Ähm, ich seh deine Markierungen nicht Achso, noch nicht Ja, wenn du mir dann das Ganze Ähm, schwersteilst Was auch immer Dann sehen wir's Oh Gott Scheiße, Mann Der Trauge ist wütend Ah Ist in der richtigen Zwickmühle drin Hm, ich komme erst dahin Hm, hm, hm Ja, ist doch wunderschön Hm Definitiv Hm Alter What So, ich muss Head glitchen Um ihn, den zu treffen So Trauge tot Oh, ich hoffe, ich komme bis dahin Das ist so eine Frage halt, ne Ob wir da Ich glaube, das ist eine riesen Krypta Also, ich habe drei Troll Trophäen, die brauche ich nicht Ich auch nicht, sorry Schon gut Ich platziere hier mal, äh, ein Lagerfeuer hier drin Ah, ich habe zu wenig Steine Leider geht das nicht Schade 20 Kohle, ja, die brauche ich jetzt auch nicht wirklich Ja Ja Ich komme nicht mal in den Wald Wo bist du? Bin tot Ah, draußen, oder? Ja, am Anfang Okay Okay, und woran scheiterst du? Äh, Skelette und, äh, der andere Quatsch Okay Ich, äh, versuche dich zu unterstützen Aber das in der nächsten Runde, ne? Ja Ah, dann gehe ich wieder rein Äh, äh, äh Okay Ja, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder Wir nehmen dann Tschüss und, äh, tschau Und, äh, tschau